ich bereue das also in dem moment wo ich da bin bei ihr ja da bin ich wie im rausch da kann ich nicht anders den tag hier wo die denn gesprochen hat ich musste dahin ich hatte so ein bock auf das weib du bist du ja nicht da bin ich da hingefahren damit mit karrer sein bett gegangen da bin ich eingepennt nach die geschichte kennst du ja aber ich will es eigentlich nicht mehr tun ja ich bin immer so geradlinig gewesen mit meiner frau plötzlich betrüge ich meine frau kann es doch nicht sein will ich ja nicht und wenn Gitti das erfährt weiß ich nicht das wäre für sie ein Schlag an sie sich vielleicht würde sie auch was ändern und mal ihre ihre ihr verhalten überdenken ich meine sie benimmt sich ja nun mir gegenüber nun nicht wie eine die ihren mann verführen will die tut ja nichts dafür um ihr zu ja ja